Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 23.300 US-Dollar, wenig Veränderung, aber wir müssen über ein paar Zahlen sprechen, die gestern rauskamen. Ich habe es ja gestern in der Telegram-Gruppe schon erwähnt. Die Zahlen waren für uns jetzt nicht unbedingt der Burner und bestätigt mich in einer Aussage, die ich jetzt auch die Woche schon mal im Livestream getätigt habe. Was das genau ist, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Und vielen, vielen Dank Leute für die über 3.000 Abonnenten mittlerweile auf diesen Kanalen. Vielen, vielen Dank für eure tägliche Unterstützung. Freut mich riesig. Gut, und damit würde ich auch sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Momentan, wie gesagt, 23.300 US-Dollar. Wir hatten hier ja unseren Fahrplan, der, mich hat es gestern richtig angekotzt, wegen hier immer so ein paar Dollar nicht abgeholt zu werden. Einerseits der Short hier oben mit dem High wurde nicht abgeholt. Andererseits der Long hier unten bei den 23.160 wurde auch nicht abgeholt um 40 Dollar. Und oben ziemlich genau das gleiche Spiel auch wieder. Also momentan keine Position, auch wenn der Fahrplan fast exakt eingetroffen ist. Ja, die Zahlen haben uns dann, sag ich jetzt mal, nicht wirklich beflügelt. Für die US-Indizes war es jetzt auch nicht gerade wirklich das Beste. Trotzdem sind die nach oben hin geballert. Wir blicken mal ganz kurz drauf, was ich meine. Und zwar einerseits die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Wir hatten ja darüber gesprochen, die Prognose lag bei 185.009 Stellen. Und jetzt sind wir einfach bei 517.000. Das heißt, wir sind hier über zweieinhalbfach mehr als prognostiziert. Und das will die FED einfach nicht sehen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch eine Arbeitslosenquote, die auch nochmal gesunken ist. Das heißt, die Prognose lag bei 3,5 und wir sind nur noch bei 3,4. Das ist der niedrigste Stand seit 1969. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, beziehungsweise gestern in der Gruppe richtig gelesen habe. Das ist wirklich krank. Und sowas will die FED einfach nicht sehen. Die Märkte sind einfach momentan zu stabil. Die FED will mehr Arbeitslose sehen. Die will sehen, okay, die Signale, die wir jetzt gesetzt haben mit den 4,5% Zinsen, die momentan Stand jetzt sind, reichen für den Markt, um mal hier so eine kleine Trendwende zu erleben. So ist es aber nicht. Die Märkte sind momentan einfach viel, viel zu bullisch. Es geht einfach in einer Tour weiter, obwohl die Zinsen eben schon so hoch sind. Und das ist einfach nicht gut. Und jetzt gucken wir mal auf, was so eingepreist ist. Wir haben ja darüber gesprochen, okay, für den März ganz klar, dass nochmal 0,25% eingepreist sind in den Markt. So, jetzt habe ich aber auch schon, oder wir haben schon im Livestream darüber gesprochen, dass für den Mai wahrscheinlich danach nochmal eine 0,25% Chance besteht, dass die Zinsen nochmal erhöht werden. Und die Chance würde sogar hier mit knapp 50% vom Markt eingepriesen. Sah schon zur letzten Sitzung, beziehungsweise in den letzten Tagen deutlich mehr aus, dass hier 70% waren, die dann von einem Cut ausgegangen sind. Ja, so ist es aber nicht mehr. Man geht jetzt hier wirklich von nochmal 0,25% aus und das ist momentan zumindest auch meine Befürchtung. Nur, umso mehr die Zinsen erhöht werden, desto mehr Schuldner, beziehungsweise die Leute, die Schulden haben, müssen natürlich auch immer mehr Zinsen auch dafür zahlen. Also mit diesem Soft Landing, ob das dann wirklich noch so kommt oder ob die Fed dann deutlich, deutlich früher zurückrühren muss, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bis Mai nochmal ein bisschen kritisch wird, beziehungsweise bis zum März ist es nochmal etwas bullischer und im März dann vielleicht nochmal so ein kleiner Dämpfer kommt von der Fed. Ja, wir müssen dann doch nochmal um 0,25% erhöhen. Und kann ich mir sehr, sehr gut einfach vorstellen, um die Märkte wieder ein bisschen runterzukriegen oder wieder ein bisschen die Auswirkungen zu sehen, okay, wir probieren es jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Zinsen. Aber wie gesagt, die ganzen Schuldner müssen auch ihre Schulden zurückzahlen. Und das könnte dann eben das Züngen an der Waage sein. Oder die Fed muss einfach viel, viel früher dann wieder die Zinsen senken. Also ich denke, bis Mitte des Jahres wird nochmal ein bisschen heftig, aber sobald die Fed dann wieder die Zinsen runtersenkt. Und ich glaube mehr, dass es immer mehr als 0,25% an Zinsen senken werden wird. Glaube ich, wird es nochmal ein bisschen happig und danach wird es deutlich, deutlich bullischer. Wobei es ja jetzt meines Erachtens sowieso schon bullisch ist. Aber trotzdem nochmal so ein kleiner Reminder, sorry. Und jetzt gehen wir direkt in die Analyse rein. Wie gesagt, 23.300 US-Dollar, es war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das mitzuteilen. Es hat sich halt wenig am Kurs getan. Wir befinden uns jetzt in so einer engen Range hier einfach. Wir versuchen hier immer wieder über die 23.600 nachhaltig drüber zu kommen. Schaffen wir bisher nicht. Liquidität liegt hier oben auf jeden Fall noch genug. Deswegen war auch hier oben eigentlich der Short geplant. Der ist jetzt noch nicht, sage ich mal, abgeholt worden. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass wir uns auf jeden Fall hier oben in diese Region nochmal bewegen. Wenn nicht sogar bis 25.200 US-Dollar. Wir sind hier gerade in diesem, ich sage jetzt mal, Ascending Broadening Wedge. Wir können das natürlich auch als Abtrennkanal, je nachdem wie man es zeichnen möchte, auch als Abtrennkanal einzeichnen. Also momentan ist der Trend einfach noch klar nach oben. Daran hat sich nichts geändert. Wir brauchen jetzt auch hier nicht in diesem Bereich irgendwelche Short Entries oder Sonstiges suchen. Für mich eher weiterhin Long Entry. Und der liegt hier weiterhin immer noch in dieser Region mit einem Stop Loss da drunter. Eventuell, dass wir auch erst hier unten einsteigen. Aber das überlege ich mir dann noch. Aber ich gehe momentan immer noch nicht von Limit Orders aus. Das ist mir einfach immer noch ein bisschen zu risikoreich. Deswegen warten wir jetzt einfach mal hier, wie so die Reaktion da unten dann sein wird. Aber der Markt ist einfach bullisch. Ich habe es gestern auch schon in die Gruppe reingeschrieben. Vielleicht, ich finde es jetzt glaube ich nicht mehr auf die Schnelle. Die Märkte sind zu bullisch. Bitcoin kann überhaupt nichts anhaben. Auch S&P 500 und so schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Klar, ein bisschen so ein Rücksetzer. Aber wir sind hier fast an unsere grüne Box, wo wir darüber gesprochen haben, gekommen. Das heißt, Märkte bullisch, Bitcoin bullisch. Es sieht momentan nicht nach einer großen Korrektur aus. Die XY, natürlich deutliche, sage ich mal, Steigerung. Auch aufgrund der ganzen Zahlen, die dann gestern kamen, hat natürlich auch den DXY gefördert. Aber Bitcoin hat das nichts ausgemacht. Klar hatten wir so einen kleinen Abverkauf. Aber jetzt nicht diesen riesen Abverkauf, den wir in der Vergangenheit immer gesehen haben, solange der DXY nach oben hin ballert. Also wenn ihr das seht, so dieser Mini-Abverkauf, nochmal auf den DXY, deutliche Erholung. Aber unsere Box hier unten hat perfekt gehalten. Da war klar, dass zumindest jetzt mal eine kleine Erholung kommt. Wichtig auch, hier der Close über diesen letzten Hochineffizienzen gefüllt. Da wird es dann interessant. Aber da werden wir dann später nochmal im Wochenausblick näher darauf eingehen, wie es dort weitergeht. Ja, wie geht es weiter mit Bitcoin? Für mich weiterhin auf jeden Fall die 25.2, die nächste Hausmarke, dies anzugreifen gilt. Hier oben liegt einfach die Liquidität vom Daily Close. Gab es jetzt auch nicht mehr wirklich was Sonderliches. Wir haben ja gestern darüber gesprochen. Eigentlich nicht so ein bullischer Daily Close. Liquidität abgegriffen. Kein Volumen mehr hier. Auch bei Binance ein bisschen das Volumen rausgegangen. Aber immer noch nichts Dramatisches, solange der Trend hält. Wir kriegen kein tieferes Tief rein. Solange sind die Märkte auf jeden Fall bullisch. Und solange suchen wir auf jeden Fall nach Long-Signalen. Nochmal in die ganz, ganz kleinen Timeframes reingucken. RSI deutlich weiter unten. Also da tut sich auch wenig. Wir haben wenig Potenzial. Jetzt sage ich mal noch nach unten hin zu driften. Maximal sehe ich hier die 22.8, die jetzt kurzfristig nochmal interessant werden sollten. Ansonsten ballern wir nach oben. Die Zahlen sind so gut auch für uns einfach momentan. Den Markt juckt überhaupt fast gar keine Zahlen mehr. Wir haben gestern einen riesigen Gold-Abverkauf gesehen. Das können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, will ich aber jetzt nicht zu viel auf dem Wochenausblick vorspoilern. Dann sehen wir, okay, wir sind hier bis auf 1860 runtergefallen. Auch hier wurde unser Short leider nicht abgeholt. Ihr seht hier oben die grüne Box, 1967. Wir sind nur bis 1960 gekommen. Also gestern war ein beschissener Tag, was die Orders anbelangt oder was die Setups anbelangt. Aber gut, was will man im Endeffekt machen? Gut, das war es eigentlich so ein bisschen zu Bitcoin. Sorry, dass es ein bisschen ausführlicher geworden ist. Aber die Randthemen an sich sind ja auch viel, viel wichtiger. Also ich gehe von Tag zu Tag immer weniger davon aus, dass wir irgendwie nochmal die 21.6, wobei die 21.6 eher als die 18 oder 19k einfach sehen, weil die Märkte momentan einfach zu bullish sind. Wir müssen die Reaktion bei 25, wenn nicht sogar 26.000 US-Dollar abwarten. Gut, dann drüber Blick zu Ethereum. Gleiches Spiel, auch hier wenig Veränderung. Klar, wir haben uns nochmal dieses Hoch geholt, da haben wir ja drüber gesprochen. Aber hier liegt auch noch eine Menge Volumen. Spricht auch dafür, okay, wir holen uns dieses Volumen hier auf jeden Fall nochmal da oben, um die ganzen, sag ich mal, Shorter, die hier oben schon mal reingekommen sind, abzuholen und dann möglicherweise erst eine Trendwende hinzulegen. Das heißt, unser Fahrplan erst einmal nochmal nach oben hingerichtet, um dann möglicherweise zumindest in die 1.616 oder besser wäre es in die 1.560 US-Dollar abzuverkaufen. Aber ansonsten auch hier der Trend ist klar. Höhere Hochs, höhere Tiefs spricht nicht für eine Korrektur. Und der Trend is your friend until the end. Dieser Satz gilt die ganze Zeit. Den haben wir vielleicht eine Zeit lang vernachlässigt mit unseren Short-Setups. Aber solange dieser intakt ist, brauchen wir uns keine Gedanken machen hier über Riesen-Short-Möglichkeiten. Solange wir hier einfach bullisch unterwegs sind, sind auch weiterhin so die 1.760 bis 1.800 US-Dollar im Bereich des möglichen. RSI gibt uns wenig Anzeichen im 1-Stunden-Chart. Wir schauen nochmal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart, wie es da aussieht. Auch hier, vor allem auch vom Volumen her, gefällt mir das sehr, sehr gut, dass da jetzt so langsam wieder ein bisschen mehr Volumen reinkommt. Und spricht auch nochmal für steigende Kurse, aber mit maximal eine Korrektur bis 1.580 US-Dollar. Ja, wie gesagt, Märkte ruhig, wenig, sage ich mal, zu besprechen. Trotzdem, das Wichtigste habe ich jetzt versucht, mal ein bisschen so zusammenzufassen. Trade-mäßig müssen wir jetzt wirklich hier von Stunde zu Stunde gucken. Ich hoffe hier oben, dass das hoch abgegriffen wird übers Wochenende. Und dann kleine Korrektur, wo wir zumindest mal so einen kleinen Short mitnehmen könnten. Long-Position würde ich dann hier unten im Golden Pocket mal probieren. Je nachdem, wie sich die Märkte heute im Laufe des Tages entwickeln. Wir haben am Wochenende sowieso wenig Price-Action, beziehungsweise wenig, was es zu erzählen gibt. Aber trotzdem schauen wir einfach mal, was so die nächsten Stunden passiert. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wie gesagt, später kommt dann noch der Wochenausblick online. Es kommen noch zwei Analyse bei CryptoGuru, könnt ihr euch drauf freuen. Und dann würde ich sagen, gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich, wie immer, gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder zum Wochenausblick. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.